Also meine Damen und Herren, wir warten schon gespannt auf die heutige Sonntags-Challenge. Wer ist in Führung? Wie immer Martin, die rollende Kanonenkugel. Dicht gefolgt von Emi, darauf Ilvi, aber jetzt kann er überholen. Schafft er es? Klein, groß Igor als erster. Hier Martin, Emi, Ilvi, auf den letzten Metern noch stark überholt. Unser Igor und Lucky, wie immer, zum Schluss mit einem Kick. Untertitelung des ZDF, 2020